Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 aber keiner hat mir gesagt, was jetzt fliegt. Das ist auch ganz egal. Ein wunderschönes Flugzeug mit einem Stoppelrumpf, das genauso schnell fliegen kann wie die anderen. Eine interessante Anordnung der Rümpfe. Das Höheleinwerk ist also auf die Seite runtergesetzt. Leider ist das Triebord in der Luft nicht drosselbar. Die müssen fliegen, bis es aufhört zu laufen. Die Höchstgeschwindigkeit ist 425 Stundenkilometer. Das Jett-Team voll geflogen wird dieses Maschinenchen von Thomas. Ja, das war das Petrol befressen. Das brennt dann aus dem Hintern. Das hoher nach Berlin mit 14.000 Stundenkilometer. Das hermmer, bis es ist los Mannes. Das ist das Schönechen-Müßig. Das ist der Sektor. Das ist das Schönechen-Müßig. Das ist das Schönechen-Müßig. Das ist das Schönechen-Müßig. Das ist das Schönechen-Müßig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020